Haha, wow. Aber ich bin mir eigentlich schon sicher, dass ich den Gesamtsieg hole. Ein letztes herzliches Willkommen auch an meinen wertengeschätzten Kontrahenten Markus Eisenwichler. Servus. Fit mit Fisch. Oder um genauer zu sein, es geht um den Lachs. Schauen wir mal rein, oder? Eins, zwei, drei. Haha, wow. Ich habe Barbecue-Soße, Bärglinsen, Zitrone, Lachs und wahrscheinlich werde ich machen ein Kohlrabi Carpaccio mit Bärglinsen und Lachsfilet. Ich mache dann eine Lachsbowl mit Quinoa. Oh, Fisch als Bayer könnte schwer werden, oder? Wieso? Ach, wobei, du kommst ja vom Kiemensee. Kiemensee. Okay, auf die Plätze. Für dich? Wo sitzt du? Ich habe was vergessen. Okay. Zitronen-Challenge. Beiß in die Zitrone ohne das Gesicht zu verziehen. Schmeckt? Ja, jetzt mach. Ja, mach. Schmeckt der nicht so, he? Uiuiuiui. Entschuldigung, sonst gucke ich nur so, wie mein Mann kocht. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ich glaube, der hat sich den Mund bezäubt oder so. Challenge Nummer zwei. Die Mayo-Challenge. Wer rührt am schnellsten? Kriegen wir hin? Schauen wir mal. Auf die Plätze, fertig, Mayo. Fertig. Ach, Mann. Ich habe gewonnen. Mayonnaise. Tada. Ich bin auch fertig. Gar nicht so schlecht, gell? Meinst du, das ist eher was für Feinschmecker? Bei dir werden wir richtig satt. Mhm. Feinschmecker. Sollen wir tauschen? Ja. Ja. Das ist schön heiß. Das mit dem Kalkochen habe ich noch nicht so drauf. Okay. Beides ist gleichwertig, aber bei den Challenges warst du halt besser. Aber wer zuletzt laxt, laxt am besten. Wenn ihr für uns abstimmen wollt, großes Finale. Natürlich für mich. Wenn es sein muss, auch für Markus. Und nochmal herzlichen Dank an Netto für die Unterstützung des Team Deutschlands. Tschüss. Tschüss. Tschüss.